Wir haben es nicht geschafft, mit 0-0 in die Halbzeit zu gehen. Ich glaube, das hätte einiges verändert im Hinblick auf die zweite Hälfte, weil ich finde, dass Hannover nicht wirklich viele Ideen hatte. Wir stehen am letzten Platz. Was soll ich jetzt sagen? Also ich habe keine Argumente dagegen. Also, dass diese Spieler mit Sicherheit nicht die zufriedensten sind, ist ja klar. Da brauche ich ja niemandem anlügen. Aber jetzt liegt es auch an diesen Spielern, ob sie jetzt den Karten mit aus dem Dreck ziehen und schauen, dass wir die Woche Gas geben, gut trainieren und schauen, dass wir die bestmögliche Elf und die bestmögliche Leistung, mentale vor allem, nächsten Montag auf den Platz bringen. Was soll ich dagegen sagen? Also ich würde daheim anders reden, sage ich ganz ehrlich, weil am Ende des Tages wird es einem als, was weiß ich, was ausgelegt. Ich bleibe positiv, ich muss es bleiben. Ich will aus dieser Saison, ich habe es schon mal gesagt, ich gehe aus dieser Saison raus, erhoben in Hauptes, wenn ich hier mit der Saison fertig bin, egal wie sie ausgeht. Also ich weiß, dass hier ein Großteil der Mannschaft sich den Arsch immer noch aufreißt.